Achso, das war hier! Ja, das war hier! Sehr gecheckt! Jo Leute, willkommen zurück bei Playzeit 2! Ja, Sven, Markus und ich! Hallo! Und ich! Hallo! Ja, aber ich! Ist Dark nicht da? Doch, Dark ist da! Das ist Tess! Achso, er spielt bloß nicht! Ja, der wird dann mal am sein, wenn dann! Achso! Ja, was machen wir denn? Einsteigen! Alters, was bin ich denn eigentlich? Ingi! Wo soll ich denn einsteigen? Ja! Ja! Oh, ich schick das nicht mit dieser Feuerwehrspistole an! Kann ein Feuerwerk machen! Ja, muss ich warten! Ich schick das nicht! Ja, einfach schießen! Ich schieße! Ich schieße! Wenn du das Ding abrückst, schießt eine Rakete! Ja, das kannst du nicht mehr kaufen! Kann man nur an Silvester kaufen! Und das für 1200 Third-Punkte! Nimm die Munition! Nimm die Munition! Tja, Markus, hast du verkehrt ausgegeben die Thirds! Ich verkehrt ausgegeben! Ich weiß nicht, dass es gibt auf Silvester! Oh! Oh! Richtig drum! Oh, da ist ein Gegner! Ja, was meinst du tun wir hier grad? Mich töten! Ja, das tun wir nebenbei auch! Ja, jetzt bin ich tot! Jetzt hätte sie aussteigen können! Ja, also das heißt immer, ich soll nicht aussteigen! Ja, wenn du hinten drin sitzt und wir im Kreis um den HE-Lightning rumfahren! Ja, ich steig mal nicht aus! Ey, du bist ja auch kein Garner, oder? Hast du irgendeinen Sinn im Kampf gehabt? Du hättest reparieren können, hast du nicht! Gut, damit hattest du keinen Sinn! Stimmt, ich hätte doch reparieren können! Ha, ich war sogar Inchi! Stell dir das mal vor! Ich nehm dir jetzt mal die Pseudopanzerbrecher mit! Die Raven? Ey, was für eine Pseudopanzerbrecher? 10 Sekunden! Wird nix! Ah, 10 Sekunden zum Verteidigen, oder was? Ja, fünf Sekunden noch! Äh, dann packt irgendwas bei mir! 1, 0! Ja, stimmt! Bei mir hat irgendwas gepackt! Bei mir standen noch zwei Minuten... Alter, was rennt ihr rum! Was macht ihr? Hier sind einfach zwei Brawler, Sundys, mehrere Mossys... ...und Lightnings! Und Lightnings! Ich weiß nicht, wie ich zu dem Scheißding komme! Also so rum! Boah, ich hasse dies! Oh, ein bisschen Feuerwerk! Kommt die nächste Mossy! Und jetzt kommen die Brawler! Okay! Goodbye! Was? Du hast uns in der Luft wie von der Klippe gesprungen, wenn hat uns der Brawler gecheckt? Ist klar, in der Luft hat uns ein Brawler überfahren! Das ist eine Logik! Das ist eine Logik! Das ist eine Logik! Das ist eine Logik! Ja, klasse! Ich hätte ja sagen können, dass ein paar Gegner auf mich zukommen, wenn ich hier rausfahre! Äh, haben wir nicht gerade gesagt, dass da 3 Brawler mehrere Lightnings, mehrere Mossys und Sunders sind? Ne? Das haben wir gesagt! Achso! Das war hier! Ja! Das war hier! Achso! Ja! Ja! Ich habe sie gefunden! So! Jetzt ist die Frage! Ähm! Panzerbrechend? Oder? Panzerbrechend! Harasser! Weil ich glaube, mit Panzerbrechend reißen wir hier aber auch nicht viel! Ich glaube, die zerficken uns ziemlich schnell! Ich mache eine Max! Ja, die zerficken uns so oder so! Das ist die Scheiß-Lutern! Wie kommt man da? Ich will den! Ich will den! Nein, ich kann natürlich keine Max machen, weil ich keinen! Na, ich bin ganz unten schon! Was habe ich denn da? Die Max-Charts? Die Schreck! Schreck! Hawk! Alter, siehst du, was da vorne schon für Feuer ist? Dann weißt du, was da rumflirrt! Ja, dann habe ich doch einen Harry, Markus, kannst du einsteigen! Boah, das ist der Berg im Wege! Genau! Scheiß-Raketen! Und jetzt fehlen mir drei Punkte für einen Max! Was, eine Fahrzeugabwehr klebt an uns? Jetzt schon? What the- Alter, was ist denn hier schon los? What, what, what? What the- Oh, Brawler! Ja, das ist mehr Brawler! Aber er stand direkt vor mir auf einmal! Da kommt ein Leid... Von hinten wieder... Den abpunkt kann man gut verteidigen, weil die Panzer kommen da nicht hin! Aber da kommt ein... Leidning, nein, das Leidning... Ach, wie heiß ich den Dicking-Dinger... Sunderer! 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 nur die für nötig an der Züge über den Markt sieht sie ihren Panzer was ist jetzt die Logik man soll nicht in er habe vor Ort und ihren Ort das war in Standort das war ein Verbrauch Aura 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 einigen ab und alles macht das hier sind siebenhunderten von der Rüsten siebenhundert und die Tür für Schau mal allein auf die Kart, ja genau, so wollte ich das sagen. Nein, schon wieder, 4-0, ja, wohl. 50 kommt vielleicht hin, ja, aber auf einmal am A-Punkt. Zack, da kommt ein Lightning sogar hochgefahren. Die Station habe ich noch nie gekämpft. Was ist denn das eigentlich für ein Amerisch-Arcs-Reserve? Ah, fuck's not a ball. Was, ich habe meinen Kill gemacht? What the fuck. Ja, das ist richtig Premium hier bei dem Spiel. Ja, die Grad-Kills machen uns echt nicht leicht. Ja, eben. Und da kommt auch schon wieder einer mit der Shotgun von hinten. Nein, vor allem. Ja, das war jetzt nicht mal böse gemeint, das ist ziemlich schwer, ich gerade. Aber wie schaffen es die Terraner sowohl hier, ah, drüben haben die, die, die Wand einfach voll in Overpop, auf Brust sind. Aber die Terraner sind schon mal alle auf einmalig geblieben, um die Tati zu machen. Nein, 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 nein. Und ich weiß auch, warum die auf einmalig geblieben sind. Die wollen Amerisch locken ohne Alarm. Die haben schon 60% Gebietskontrolle. Ja. Fighten. Kriegen sie nicht. Äh. Oh. Kriegen sie. Kriegen sie. Ja, ich merke es gerade. Aber es bringt ja nichts, weil wenn du es lockst, wird eh gleich wieder ein Kontinent aufgemacht, ein Krübel vom Keks, ein Atom von einem Keks. Geil, ein Double Kill gemacht. Und was jetzt? Ich habe zwei Gegner auf einmal gekillt. Links oder rechts. Und jetzt habe ich den A-Punkt erobert. Ja, ab dich, du Affe. Und jetzt wurde ich mit C4 in die... Ne, mit einer Cremor gekillt. Ja, vier Keks gemacht, ne? Damit mir mal ankommt. Leckt mich doch am Arsch. Vier Keks. Nee, danke. Das bin ich fast positiv. Alter, mir tut man an Arsch weh. Ich bin jetzt drei Stunden Motorrad gefahren. Ja, du hast nie konzentrieren können. Ja, aber es war geil. Mal so knappe 200 mal zwischen euch gehabt. Wurde ich bei euch auch gar nicht. Schlag hatte ich einfach Tag. Hä, das war schon die ganze Zeit Tag. Nee, bei mir war die ganze Zeit Nacht. Ja, hä? Jetzt wurde Schlag hatte ich Tag. Bei uns war die ganze Zeit schon Tag. Nein, bei mir war die ganze Zeit Nacht, ohne Scheiß. Jetzt sind eins, die können wir auf die andere wurde Tag. Nein, das ganze Zeit schon Tag. Deswegen hat man meine Feuerwerkspistole auch nicht gesehen. Doch, von mir hat man die richtig gut gesehen. Entschuldigung, ich habe meine gesehen. Ich fand's nicht so toll. Ich auch nicht, es muss ja nachts sein. Na egal, wir haben hier einen Abbruch. Naja, bei mir war ja noch. Die kriegen Amerisch nicht und gut ist. Äh, nur weil wir eine Base verteidigen, heißt das nicht, dass die Amerisch nicht kriegen. Die haben zwei Stunden dafür Zeit. Warum zwei Stunden? Ja, weil alle Inzieler jetzt hauptsächlich hier auf Rosseln beim Alarm rumrennen. Ja, aber was bringt das denn, wenn du, wir sind ja da, also die genommenst du jetzt nicht ein. Die Station kriegen sie nicht, solange wir da sind. Der gerade ist echt ein schöner Farm hier. Wem? Ich bin nur wieder positiv von 0,4 auf 8,8. Ja, Markus, die KD spielt, ich weiß. Ist mir egal, was du sagst. Ist einfach ruhig. Pssst. Ne, scheißegal. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. I can use some ammo. I can use some more Claytonwerfer. In die Fresse von dem Typen. Oh, jetzt bin ich tot. Ja, das ist, aufkommt eine Autobahn. Sie pushen A. Das tun die schon länger. Nebenbei. Nicht gesagt. Ja, wir haben, es ist flippens. Kann mir jemand Inship geben? Ich bin gerade mit dem Heavy im A-Punkt drin, sorry. Ja, klar. Wenn du kommst beim nächsten Mal. Wenn ich es überlegt habe, ist er nicht tot. Ja, ich habe denen gerade eine Granate in die Mitte geworfen. Oh ja, das sind ganz viele Max's beim A-Punkt. Kann nicht funktionieren. Ja, was ist gut damit? Die kriegen die Base nicht? Die kriegen sie nicht. Ja, bist du jetzt eigentlich... Ja, du bist bei. Ja, du bist bei.